hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute ist das spiel mashington mainz und das spiel habe ich schon mal gespielt ich denke jetzt wiederholen sich die spiele mal wieder oder deswegen kann ich auch direkt starten dann vermisse ich aber noch star trek hatte ich noch gespielt das muss ich jetzt mal damals soll installieren damals vor zwei monate und das würde noch fehlen das auch eine rakete eine ist ja du da mit hier stimmt rakete geht sensationell Oh, dann mach ich den und dann hab ich einen 5er. Pappappappappaaa Hmmm Aber die hier weg. Dann machen wir jetzt einfach mal lila oder gelb. Habe ich hier etwas dran? Lila. Dann ist der drunter noch weg. Das ist einer, der geht so in der Reihe lang. Plus die Bombe sind dann 3, die in der Reihe gehen. Hmmm Nice, nice. Ich weiß, ich weiß, es war nice, es war nice. Noch 10 Züge habe ich? Okay. Oh, hier. Ah, ich dachte, aber der passt. Perfekt. 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 Ja. Super. Komm, gleich die nächste Runde. Oh, sind das viele Bücher. Aber ich brauche die Bücher gar nicht. Ich brauche. Nur grün und rott. gut. Gut gemacht. Grün und rott brauche ich. 16 Züge habe ich noch. Oh, da habe ich noch so was. Nehmen wir den. Das wäre eine große Bombe. oder die 3 ich glaube die Bombe ist besser guck mal jetzt habe ich sogar jetzt brauche ich nur noch rot ist gar keine große Bombe so ein Mist guck mal ich habe hier 3 da habe ich hier einen 4er ah das schaffe ich 6 und 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 nehmen wir den und der letzte jawohl ich habe es geschafft war rosa von auch schon da oder ist das jetzt eine neue Farbe schon habe ich nicht so drauf geachtet war immer noch nichts bauen hier ja lona machen wir das nächste ist ein teddybär ach den teddybär aus dem Karton befreien ja ja ich weiß ich weiß ok die sind doch auch nötige im Kissen hm ich denke ich denke schade das geht nicht hm schade das geht nicht nun muss ich das so machen hm 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 ich habe ihn gefunden ich habe noch 10 Züge hm komm mach mal egal da ist auch der grüne ach warum habe ich das nicht gesehen oh noch eine Farbe schön herzlichen Glückwunsch also nicht herzlichen nur Glückwunsch warum eigentlich warum eigentlich mensch sind die gemein ich möchte herzlichen Glückwunsch haben kommt da jemand muss sich ja auch freuen hm dann nächste Runde ne schnell meine Zeit bleibt gleich aus ein Den Löffelhorn Jetzt schauen wir mal Was Wie wir hier unten weitermachen können Ich finde da nichts Das ist aber doch Wenn ich den Da unten mache Geht die Reihe dann auch kaputt Nee, oder? Nee, musste ich doch Nee Kacke Oh, jetzt Ein Teddybär ist weg Und Oh nein Ich weiß, wo der ist Hier Ah What the fuck Ach, komm, wir haben genug Gold Zack Und frei ist er Ich musste 500 Gold benutzen Damit ich die Runde schaffe So, das war es dann aber auch schon wieder Ich habe ja gerade das Zeichen gekriegt Dass ich das Geschafft habe Aber was ich jetzt gerne noch wissen möchte Wie geht das denn hier weiter Die Wand kann ich ändern Okay Okay Und da Kann ich nichts ändern Okay Und hier Raum reinigen Ach, ich muss ja die Sterne benutzen So, komm dann einfach mal auf hier Sieht schon ein bisschen besser aus Ja Hast du gut gemacht Hm, es zieht durch die Tür So Ding, 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 ding Raum reinigen Dann jetzt erstmal die Tür heile machen Gute Morgen der lieber Herr Handwerker Machen wir die Tür heile Zack, zack, zack Die Tür reparieren Zack, zack Mit dem Hammer auf der Tür hauen Fertig ist er Eine Stunde, was Ich warte doch jetzt keine Stunde hier Ach, geht doch Also, nee Das ist Rot Dann auch die rosa Tür Passt nicht Am besten Wie gesagt Passt die braune Tür Die Eiche Ach, wie das Die Eiche Kommt nie wieder Haff ich So Ein Bild aufhängen Ich würde sagen Das hier Das hier sieht so Verschwommen aus Und das auch Irgendwie eigentlich alles Ja Ah, hier Treppen Bevor ich die Nachbarin kennenlernen möchte Muss erstmal hier alles fertig Nee, braune Blau passt zum Teppich Ja, das Braune passt nicht Ach Machen wir blau Jeder Treppich halt unten Muss ich hier nochmal Ach, Tapete Gold Streifen Oh, Fotos auch direkt Und jetzt noch Den Boden Seht aus wie Schokoladenstücke Ja, ja, ja Toller Wow Glückwunsch Ja, jetzt kann ich die Nachbarin einladen Auf jeden Fall noch drei Sterne Ja Jetzt können wir nur noch die Nachbarin einladen Hallo Frau Nachbarin Wollen Sie reinkommen? Wollen Sie sich das mal anschauen Was ich hier gemacht habe? Ja Ja Nein Okay, nett Sie kennengelernt zu haben Dann hauen Sie mal wieder ab Oder nicht? What ist das? Besuchen Oh Schönes Foto Neues Foto Was Kriegt das Geld dann wieder? So Oh Ich kriege es kaum mehr wieder Oh, oh Der nächste Raum Oh Wie sieht denn das da aus? Okay Schön auch nach dem Balkon Das ist schön Das ist mal mal Schnee sauber hier Neue Aufgabe Oh Machen wir erst aufräumen hier Putzi, 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 putzi Oh, jetzt sind wir müde Aber das Bett ist noch nicht fertig Sie können Du kannst da noch nicht richtig schlafen Nein Siehst du, ich habe dich gewarnt Das Bett ist noch nicht fertig Jetzt bräuchte ich noch einen Punkt für das Bett Aber Ich habe keine Sterne mehr Gut Das war es dann Red Tag Siehst du diese Tore? Ja Ich frage mich auch, was drin ist Deswegen werde ich jetzt auch weggehen Beenden So, das war es für heute Ich hole mir jetzt schnell mein Ticket ab Und dann sage ich mal Auf Wiedersehen Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao